Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 natürlich kein auto, weil du mich nöt genommen hast. Ja, Emo, ich komme ja schon. Aber mein Auto ist gut gedatcht. Oh, bist du krass ey. Riemen. So, was müssen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Sollen wir uns mal einen Punkt aussuchen? Tabulator und dann machen wir den nächsten Auftrag, oder? Lerne die Regeln. Immer noch. Lerne, wie man der Alien-Präsenz-Schaden... Schaden. Sollen wir das machen? Ja. Okay. Kein Ding. Da hat gerade einer... Mein Auto ist wieder ganz. Oh. Maaan. Ja, das Auto fährt rückwärts genauso schnell wie vorwärts. Das ist mir aufgefallen. Nee. Oh, ich fahr auch überall gegen. Und ich fahr jeden Platz. Woa. Woa. Äh, Auti hat ja eine Steuerung. Lol. Ähm. Oh. Ich bin ein falsches Fahrer, ne? Schau mal hier lang. Woa. Woa. So. Woa. Schon abgekürzt. Ja, ich auch. So. Kann sein, wir dieselben Karren haben. Höchstens die gleichen. Oh. 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 Jawohl. Ey, der ist schon so ein Bart, so alt ist der, ey. Der Bart wie Andi. Ne, noch länger. Hallo Andi. So, was ist jetzt hier? Ich seh alle an Autos rasten immer ultra aus, der hat mir aufgefallen. Deaktiviere deine Mutter. Okay. Ich komm hier nicht hoch, ne? Und versucht da hochzukommen. Und einfach nicht schafft. Woah. 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 Ich hab ihm grad das Herz rausgenommen. Ich geh in Nahkampf. Ist wie cooler. Noll. Hab ich ihm grad da am Kloslein verpasst. Alter Vater. Oh, Datensammlung. Und jetzt? Keine Ahnung. Wie müssen wir das kaputt kriegen? Ja, auf E drücken, Schlaumeier. Musst du dich. Warte mal gucken, ob's du auch merkst. Lol. Hier ist noch ne Datensammlung. Woah, wie viele gibt das denn hier? Kann man eigentlich auch aus dem Lauf rausspringen? BAM! Ja. Echt? Hm. Ich hab auch noch Hütte gekriegt. So, ich mach jetzt hier alles mit der Faust. Woah, Powerbomb! War ich dann! Echt? Ja! Hast du schon kaputt gemacht? Ja. Ja. Diese Sprünge ist so unnormal. Hallo! Wollig! Ey, Waffen sind voll überbewertet, gell? Ja. Sieht cooler, wenn man sich hier voxt mit. Find ich lustig. Und jetzt? Lol! So viel Tensei hier! Oh stimmt, wir haben ja Schadenanzahl. Ey, wir sehen aus wie so verrückte Professoren! Hahaha! Echt? LOL! Den machen wir Moodo! Mit der Faust! Mit der Faust! Oh nö! Komm! Oh lol! Der hat mich voll weggesmashed! Der hat mich voll weggesmashed! Boah! Sorry, da muss ich jetzt hier den... Oh, was ist das denn? Ich bin gleich tot, ne? Ich auch! Lol! Okay, also doch mit Waffen! Ich hab grad voll den Derben Spinneroonie wieder gemacht! Ja klar, mich greift der Bastard wieder an, gell? Ich bin durch den gesprungen! Sehr schön! Ich bin in dem! Ich bin in dem! Echt? Ja! Ist doch eklig! Du machst auch mit jedem, ne? Hahaha! Der hat mich angeturnt! Der hat mich angeturnt! Der hat mich angeturnt! Hast du jetzt seine Superkraft übernommen? Weiß nicht! Was fragst du mich denn bei der Sicht? Hahaha! Blast freigeschaltet! Was hast du jetzt gemacht? Ein Blast? Was ist ein Blast? Woah! Es sieht aus wie die Möglichkeit, Menschen und Objekte mit einem Eisblast zu fließen! Was ist das mit dem Eisblast? Wie geht denn da? F1 Ah, ich glaub, die muss mir erst freischalten! Oh Gott! Ich hab jetzt F1 gedrückt! Und jetzt? Hä? Also müssen die erst auswählen! Ach, auf Tab, oder was? Bin ich Jesus? Ja! Aufträge! Kräfte! Ah, hier! Neues Upgrade! Upgrade! Blast! Doch! Blast Element Eis! Hä? Äh, ne! Elemente? Eis! Nun ist der F1! Aktiv! Wie kannst du das Aktiv schalten? F1! So, jetzt hab ich's Aktiv! Wie? Mach ich das? Wie hat's denn da so aktiv gemacht? Mit F1! Mit F1! Ist das jetzt mein Eis... Schuss? Ah! Ah! Let me load up a few targets from the simulation for you! Oh, hang on! Not putting in people who will try to kill me! Don't worry! These are safe programs! Warte! Eisblast! Kuh! Ah! Lol! Lol! Das ist ja lustig! Bei mir klappt das nicht! Hast du auf 1 ausgewählt? Ja! Dann drück mal auf Q! Ah, Q! Oh, lol! Das muss mir um einer sagen! Das steht doch die ganze Zeit da! Ja, das hab ich nicht gelesen! Ich ignoriere so Dinger immer! Grundsätzlich! Lol! Ich find's lustig! Ich weiß nicht, ich find irgendwie irgendwie langweilig! Ja, kommen ja bestimmt noch bessere Gegner! Blast am Ufu! Huuu! Ich muss wieder... Meins! Was jetzt? Ich geh! Komm her! Wow! Wieso Puppen? Das sind mir grad geflogen! Und ein Spinner-Runi zum Aufstehen! Lol! Das war ja leicht! Hast du den Mudo gemacht oder was? Ja! Du kannst die Schilden für eine kurze Zeit deaktivieren! Dann kannst du sie schütteln! Siehst du? Das funktioniert ziemlich gut! Eine reale Sache könnte ein bisschen stärker sein! Ich weiß nicht, klar! Alles klar! Oh yeah! Ich will endlich mal mein Tattoo entfernen lassen! Okay, ob ich sie übern Penis an Hals tätowieren! Genau! Hoffentlich kann ich das umstechen lassen, dann kommt es für mich billiger! Du, dieser schwule Van hier! Ups! 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 Ja, jetzt können wir jetzt nicht mehr fahren! Was ist denn das hier für ein... Katz und Maus-Koop! Ne, buh! Ich will hier so einen T-Shirt-Laden suchen! Hier ist direkt einer! Ja! Planet Saints! Ah, da! Warum haben wir denn Bekanntheit beim Bullen, lol? Wo? Wo steht das denn? Da! Dieser rote Kreis an der Seite! Echt? Ist das hier Bekanntheit? Ja! Egal! Erstmal stochen! Ja! So! Kopf! Brille! Erstmal weg! Was ist er da jetzt? LOL! Weil der Bulle mich da angreift, kann ich mir keine Kleidung kaufen, oder was? Oh! Ich auch nicht! Ich verstecke mich ganz hinten! So! Kopf! Füte! So! Was haben wir denn hier? Ein Hut! LOL! Ups! Da hamerts! Egal! Ich kaufe jetzt ja trotzdem mal ein! Kino, mal dunkler! Dichterhut! Eimerhut! Hipster Trucker! Hipster Trucker! Diese Brille da! Recht mal ausziehen! Geht da, klar! So! Backelkopf-Figur! Wir können uns sogar einen BH kaufen! Oh, das mache ich jetzt. Sieht cool aus. Je nachdem, was du hast, kriegst du mehr EP dazu. Ja. Wahrscheinlich je beschissener es aussieht, desto mehr EP. Wahrscheinlich. Vollkragenpullover. Ich bin Showered Wallow jetzt, oder was? Nehmen wir mal die hier. Hm. Hier gibt es ganz schön viel Scheiße. Ja. Oh, ich muss... Eigentlich, ich glaube, ich hole mir einfach nur so einen Unterhänd oder so. Boah, das sieht auch krass aus. Ich war schon weit schul. Ist das geil? Yo. Das sieht auch nice aus. Kette. Wenn da schon so ein Biest ist, kann man das ruhig sehen. Ich nehme nur so eine Saints-Kette. Passt. Rucksack braucht keinen Schwanz. BH brauche ich auch keinen. So, Unterkörper. Was haben wir denn da Schönes? Ich sage, wir gehen einfach mal ganz hoch und gucken mal von oben. Hm, wo war das denn jetzt? Diese Schwuder ist noch unmöglich. Oh, du kannst hier alle Farben verändern. Das ist ja geil. Ja, das finde ich auch fett. Richtig nice. Ich nehme hier. Oh Gott, nur Gay-Sachen. Oh Gott, nur Gay-Sachen. Schauen wir uns eben mal. Kaufen. Rucksack braucht kein Mensch. Unterkörper. Das ist ja mal nice hier. Was man hier alles Schönes machen kann. Schuhe. Was haben wir denn hier? 80er Jahre Sneaker. Gibt ihr die Sharks? Das wäre natürlich auch... Oh, Stöckelschuhe. Ja, das muss ja sein. Gibt wahrscheinlich keine Sharks. Wäre auch zu schön. Glaub ich auch nicht. Obwohl, ich glaube im letzten Teil gab es welche. Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Oh, hier stehen Aliens im Laden.